Was mir von Anfang an immer sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Hallo, mein Name ist Marcel Aufrecht. Ich bin 35 Jahre alt und Service-Techniker bei der Firma Keller Lufttechnik. Hi, ich bin der Steffen. Ich bin mittlerweile in meinem zehnten Jahr bei der Firma Keller Lufttechnik in Kirchheim unter Tech. Ich habe damals hier meine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht und bin danach direkt in den Service gewechselt. Ich bin jetzt seit sechs Jahren hier im Unternehmen und was mir von Anfang an immer sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir sind ein Team aus 20 Servicetechnikern. Es gibt nichts, woran es uns fehlt. Wir haben hochwertige Werkzeuge, Messgeräte. Zweimal im Jahr kommen alle Servicetechniker an unserem Hauptstandort in Kirchheim zusammen, um auf den neuesten Stand der Technik, neue Richtlinien und Normen geschult zu werden. Auch die Fahrzeuge bei Keller Lufttechnik sind top ausgestattet. Wir haben die Wahl und können uns selber entscheiden, was für ein Fahrzeug wir wählen. Wir Kollegen unterstützen uns immer gegenseitig und wir sind ein super Team. Wenn auch du Bock hast, dann bessere ich jetzt. Wettbewerb Wettbewerb